Geht es nach Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, sollen die Schultests für Jugendliche als Eintrittstests gelten. Bei Kindern habe man laut Köstinger den Vorteil, dass sie im Rahmen der Schulen dreimal pro Woche getestet werden. Diese Tests sollen auch als Eintrittstests für das Gasthaus gelten. Gratistests für Touristen hält sie für sinnvoll. Es sei klar, dass man im Tourismushochburgen Testangebote für die Gäste anbieten müsse. Für ein Urlaubsland sei das unverzichtbar. Schließlich liege es im eigenen Interesse, dass Urlauber kommen. Früher haben die Gäste wissen wollen, ob es gratis WLAN oder einen Gratis-Parkplatz gibt. Aktuell sei die Art der Corona-Maßnahmen buchungsentscheidend. Für abgelegene Orte braucht es bei den Tests andere Lösungen. Etwas soll ein Hüttenwirt seine Gäste kontrollierte Selbsttests anbieten können. Für derartige Fälle brauche es Lösungen. Die gleichzeitige Öffnung aller Branchen in Varlberg sei trotz der steigenden Zahlen kein Fehler gewesen. Sie haben sich darauf verständigt, dass man regionale Maßnahmen setze, wenn regionale Probleme auftreten. Das habe sich laut Köstinger bewährt.